so in der hoffnung dass es jetzt besser läuft geht hier weiter da könnte ich hochklettern hochklettern also irgendwie muss ich dahin kommen können auch er feilschaden ist immer gut und wofür ich das bewegen muss weiß ich auch nicht moment kann ich die okay das vereinfacht so ein paar dinge zumindest die frage wie man da hinkommt so dann kann ich das bestimmt nein moment dann machen wir erstmal die andere seite weil da steht fest wo ich hin muss das muss hier auch weg mann mich selbst eingemauert das muss nämlich nach dahinten damit ich wieder hochkomme so dann brauche ich das hier ungefähr hier um darüber zu kommen ich hoffe das passt von der länge weite wie auch immer auch das passt locker so hier hier muss man ja irgendwas noch machen können sonst wäre es ja nicht so hier zack moment ja okay es ist nicht besser Ich glaube, ich muss das erst kaputt schießen. Ja, eindeutig. Und Hebel. Es ist wirklich deutlich anders. Ich hätte das gar nicht mehr so hin, hey, no. Ja, ja. Es ist nicht besser geworden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel einfach einen guten Tag bei der letzten Folge. Vorletzten Folge von der aus hier gesehen. Ja, du darfst den auch weiterschieben als zwei Meter. Mädel. Mädel. So. Das sollte, wenn ich den hinziehe, hoffentlich passen. Ich muss eh beide noch einmal in die andere Seite schieben. Also von daher ist es egal, ob ich den rüber geschoben hätte oder den rüber ziehe. Ey. Nur weil er sich so ein Pixel verkantet, lässt sie los. Also gefühlt ein Pixel verkantet. Okay, dann kann ich das wohl noch ein bisschen näher schieben, damit es besser klappt. Ja, natürlich. Ich will das jetzt nicht auf den Framework schieben, aber der Framework war schuld. Ich will das jetzt nicht auf den Framework schieben, aber ich will das jetzt nicht auf den Framework schieben, aber ich will das nicht auf den Framework schieben. Ich habe doch ein relativ gutes Timing, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, es ist... Ich hoffe, mich jetzt drüber aufzuregen. Ich hoffe, euch stürzt nicht ganz so. Hä, war es echt so einfach? Ja, ich wusste doch, da ist irgendwo ein Haken. In der ganzen Sache. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das so einfach gewesen wäre. Wofür brauche ich den Käfig hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß, dass man den alten, den braucht, um irgendwie wo hochzuklettern, aber mal sehen. Aber hier? I don't know. Kann man hier nicht so... Kann man echt da nicht rüber springen? Ich springe einfach nur? Really? Okay. Dann brauche ich den, um da hochzukommen. Ja. Vor allem, voll unruhig, wie sie es festhält. Sie hält es irgendwie so... Als wäre da so ein... Äh, waagerechter Griff. Hä? Was ist mit dir, Käfig? So. Drauf da. Rüber da. Rüber da. Rüber da. Halt dich bloß nicht fest. Was ist denn mit ihr? Ich springe eindeutig drauf zu. Weil sie will nicht. Sie springt sogar mitten durch. Das ist Bombe. Was ist mit dir kaputt, ey? Jetzt mal ohne Witz. Wenn das jetzt ein Bug ist, dem... Mir das verwehrt, jetzt weiterzukommen. Ja, was soll ich denn dann machen? Ach. Jetzt will sie sich festhalten. Ich hab keine Ahnung, was das war. Außer, dass es für mich ziemlich unlogisch war. Hoch hier, hoch da. Zack. Ähm. Hä? Jetzt ist die Frage, muss ich darüber? Ich weiß es... Ich wusste es grad echt nicht. Äh. Ach, es gab ein Checkpoint? Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Ich weiß es grad echt nicht. Ich hätte jetzt echt vermutet, dass ich... ...da mich festhalten muss. Aber irgendwie... Nee. Hm. Das kann doch nicht so schwer sein. Muss ich echt einfach erstmal rüber? Und dann? Hier kann ich doch nichts machen. Ich komm hier nicht hoch. Hm. Ja. Ach, Checkpoint kann ich nicht einfach laden? Hm. Gut. Es wäre zu viel des Guten gewesen. Hm. Jetzt ist die Frage, muss ich wirklich da rüberspringen irgendwie? Wie ich vermutet habe? So. Ja. Rüber da. Hier haben wir noch den Kontrollpunkt. Hm. Oder muss ich... ...an den Hebel springen? Ha. Gut. Frage geklärt. Kann ich hier nach oben... ...und... ...die Dinger umschieben. What? Ach so, die habe ich ja ganz vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Wie diese Einblendung für diesen Rage-Modus ...viel zu spät kam. Ach scheiße, falsche Taste. Ich habe eine Leertaste gerückt, statt Schiff. So. Kommt aber noch eins. Das ist wahrscheinlich... ...und... ...und... ...ja, ja, ich höre es doch schon. Hi. Ach so, der ist hier gar nicht. Gut. Dann ist der eben da nicht. Hm, hm. So. Ist das nicht sogar schon das letzte Level hier? In dem Gebiet? Also in Peru? Ich bin mir sogar relativ sicher. Auch wenn die Level-Anzahl irgendwie, glaube ich, ...ein bisschen unterschiedlich ist oder sowas. Gegenüber dem Original. So. Und rüber da. ...und hoch. Und hoch. Und hoch. Und Kontrollpunkt. Und rüber. Und... ...knapp. Rüber und rüber. Mal lieber die Dings nehmen. Ich traue dem Frieden gerade nicht. Oh, hi. Oh. Ja, ja, noch mehr Pfeile. Und dann da rüber. Hoch. Hä? Jetzt... ...sehe ich nicht, wo ich hin kann. Das ist uncool. Ja. Autsch. Ja, ich hab's nicht gesehen. Na gut, dann versuchen wir das beim nächsten Mal noch mal. Und bis dahin, ich bin kein Dianer Jones. Und... ...